Wie wenig Menschen wissen über Welten, das Licht, über die große Dunkelheit, die über allem lastet. Einst war nur das Nichts. Absolut. Perfekt. Langweilig. Es endete mit einem Segen. Durch eine Geste des Schöpfers kamen Mitgefühl und Weisheit in die Welt. Doch wundervolle Geschenke haben meist einen hohen Preis. Aus dem wundersamen Brunnen des Lichtes wurde das namenlose Feuer geboren, das den tiefen Quell der Mitternacht speist, den Feind allen Lebens. Und wie die Schöpfung schritt auch der Schatten voran. Unbehelligt und wild kam die Dunkelheit. Brennend und mordend schändete sie Land, Himmel und Fleisch. Sie kamen über zahllose Welten und verschlang und verdarb alles Leben. Schließlich fiel der Schatten auf eine Welt der geheuchelten Liebe und des überzeichneten Verlustes. Und doch, lebten auf diesem blauen Planeten Menschen, die Widerstand leisteten. Unter der Tempelchurch ist ein geheimer Gang. Dort seid ihr sicher vor der Invasion. Sie bringen meine Enkelin dorthin. Was sie vorhaben ist sinnlos. Das ist Selbstmord. Die Templer müssen das Höllentor angreifen, koste es was es wolle. Nur so besteht eine Chance, dass sich die Flüchtlinge retten können. Sie werden sie beschützen. Sie ist für Höheres bestimmt. Die Flüchtlinge retten, die Flüchtlinge retten. Die Flüchtlinge retten, die Flüchtlinge retten. Gut. Diese zwei sind die Letzten. Folge ihr. Sie wird dich zur Kirche begleiten. Nein! Die Tempelchurch ist gleich hinter diesen Gebäuden. Nein! Du darfst nicht gehen! Jessica! Du darfst mich nicht verlassen! Jessica! Hör mir zu! Du musst jetzt mit Lyra gehen. Wo ich hingehe, kannst du nicht mitkommen. Eines Tages wirst du verstehen. Lass uns gehen, Jessica. Ich liebe dich, Jessica. Für die Leben! Für die Leben! Für die Leben! Ja! Schnell! Der Gang muss versiegelt werden. Lass meine Hand nicht los! Wartet! Dämonen! Lauft! Wir geben euch Deckung! Der Weg ist frei! Schnell in die Kirche! Lauft! Komm schon! Wir sind gleich da! Lauf! Lauf weiter! Schnell, Jessica! Lauf weiter! Lauf! 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 Jessica, ich will sie! Drück den Knauf! Lauf weg! Nein, ich bleib bei dir! Ich hab versprochen! Für die Lebenden! Lyra! Und noch bevor der Tag zu Ende ging, hatten die Diener der Hölle die Welt ins Chaos gestürzt. Mein Großvater führte den Gegenangriff gegen die Dämonen, obwohl er wusste, dass seine Armee von Templern nicht die kleinste Chance haben würde. Doch dank ihm konnten wir uns verstecken und vorbereiten. Gedenkt der Toten! Ja! Aber kämpft für die Lebenden! Und obwohl die große Dunkelheit schon das Ende dieser Menschen wehnte, war es erst der Beginn unserer Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017